So meine Freunde, ihr seht es hier vor mir, heute geht es ums Game mit dem Pulsgewehr verflossen und ich kann direkt sagen, das Ding ist ein absoluter Headshot-Magnet, das ist unfassbar clean, wie das Ding connectet. Erstmal, ihr seht mein Roll, ich glaube dazu muss ich nicht viel sagen, mit Kleinkaliber, Großkalibergeschosse, dazu noch Zen-Moment und Kopfsuche, beide sind verbessert, also das fühlt sich unfassbar stark an dieser Kombi. Ich habe noch den schönen Ballistikmo drauf gemacht, viel mehr Range und mehr Stabi, ihr seht meine komplette Waffe hier mit 66 Reichweite, 78 Stabi, also das Ding ist unfassbar stabil, hat eine richtig, richtig gute Range und wie gesagt, es zieht gefühlt von sich selbst auf den Kopf, also das war anders krank. Ich bin ehrlich, ich war ein bisschen skeptisch, als ich gesehen habe, dass die Waffe zurückkommt nach so vielen Jahren, aber jetzt, nachdem ich sie testen durfte, muss ich leider sagen, ja, ich glaube, ich muss ein bisschen Gambit spielen, ich brauche das Ding, ich brauche das Ding zu 100%. Und natürlich, damit die Frage nicht gestellt wird, das ist der Shader, den ich drauf spiele, ich muss sagen, er hat mir irgendwie echt gut gefallen, also ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und da würde ich aber sagen, ich habe mehr als genug geschwärmt, ab ins Gameplay, let's go. Pass auf, ich habe den besten Plan überhaupt, ich floate da draußen, hole mir alle Kills und alle finden es cool. Oh mein Gott! Genauso. In uns kommt ein Tiret, okay, der ist tot. Ah! Ah, warte, kommt jemand raus zu mir und kann mir bei B helfen. Der ist One-Shot. Wird gepusht. Oh mein Gott, ich lebe. Bitte, bitte irgendjemand. Nein, ich hatte Hoffnung und Träume. Oh mein Gott! Willst du ein Bär nehmen und ich floh dir über dir? So als Duo-Tech-Team. Das Ding fühlt sich unfassbar krank an, ich möchte es mal sagen. Ich habe drei Leute in One-Shot und einen davon kriege ich da, weil ich kacke bin. Habe ich auch, alles cool. Bist du bei mir, Matze? Rechts und vor uns. Rechts und vor uns. Ich gucke auch vor uns. Okay, lass auf rechts gucken, mal direkt snipet. Der ist tot. Ich hoffe es. Der ist lau. Der ist lau. Die anderen müsst ihr auch chappen, oder nicht? Der ist noch Schild, Matze? Ja. Warte langsam. Ich komme nicht schneller vor. Nimm ich jetzt so nahe ein, wie ein guter Randy. Nein, ich helfe meinen Randy's bei B. Achtung, die noch. Dann komme ich zurück, war ein Spaß, macht es gerüchtig. Ich sehe ihn nicht. Wo? Oh mein, warte mal. Ich habe eine Idee. Pass auf, pass auf, pass auf. War los, oder? Das finde ich genauso lustig wie hier im Eck, kannst du übrigens einnehmen. Unless... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Not like this. Das ganze sind an der Map deine. Den Lohns, den Lohns. Ich würde über den Phones holen. Okay. Noch einer vor uns. Ey, ey, ich bin dabei, Matze. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin dabei. Dieses Impulsgewässer unfair. Oh mein Gott. Das ist genauso stark wie früher. Das ist fast sogar noch besser als früher. Ich habe früher noch nie mit Samplements spielen können. Das Team. Oh mein Gott, ich dachte, ich habe ihn. Das war meine. Gehst du wieder mit raus zu B? Ist das eine Option? Auch nicht, ja. Obwohl, oben in der Mitte es bleibt einer. Habe ihn. Den habe ich so geklaut. Ich meine, nice Team-Shot. Oh, das ist schon mal weh. Nein, old. Ich hätte nicht drauf mit. Mich auch nicht. Ich bin selbst verwirrt. Warum lebe ich? Ich habe noch gesprungen. Hinweise müsste einer kommen. Von links irgendwo. Alles gut. Ich bin ein Geist. Und habe eine 20er-Streak. Nein! Ey, ich schwöre dir. Immer wenn ich eine 20er mache, sterbe ich eigentlich danach. Das kann mir doch keiner erzählen. Ich bin verflucht. Hallo mein Freund. Du bist oben. Du bist one-shotig aber auch. Finde ich nicht so cool. Ich habe leider keinen Floating-Nate. Ja, das war klar. Das schief geht. Oh nein. Warte mal. Unser Gold liegt. Oh. Oh mein Gott. Da ist noch mal ein Well drin. Es kommt da noch ein. Well müsste fast kaputt sein. Well ist kaputt. Ich habe jetzt einfach so eine Heal-Nate geworfen. Ey, das Ding ist auch so unkrasper stabil. Oh mein Gott. Das ist ein Headshot-Magnet. Kein Problem. Jetzt habe ich ein bisschen Angst gebe ich zu. Das ist sowas von Headshot-Magnet. Das ist nicht mehr fair. Das ist sowas von Headshot-Magnet. Ich habe jetzt ein Versuch. Nein. Matze. Oh, mir gehts wunderbar. Der holt nicht so. Oh mein Gott. Was passiert hier? Und dann killt das nicht. Ha! Ich hab meinen Spaß. Oh mein Gott, ich lieb das Ding. Ich schwöre, ich will gar nicht den Kopf treffen. Das macht die Waffe von selber. Äh, nice team. Bin mir sicher, dass der das Team schaut. Man hat sie beruhigt, ich bin gleich da. Noch ein bisschen, warte noch ein bisschen, halt noch durch. Alles gut, alles gut. Arvin. Auf den linken. Also das ist Legend Hedge Magnet. Das geht von Siegers auf den Kopf. Das war ein netter Versuch. Oh, der ist One-Shot. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Mach's, ich bin gleich wieder da. Mann, da ist Wonder drin. Ich glaub dem Heavy, ich bin mir ganz sicher. Ich vertraue dir, Matze. Versteck dich einfach in dem Pfosten. Ich bin über dir. Vertraue in die Macht. Versteck dich. Lass sie nicht verstecken. Jetzt sie versteckt, wäre alles cool. Ich werd gleich so gebummst hier oben. Ich hab mir doch mehr schocken. Ich hab mir doch mehr schocken. Oh oh. Haben wir low. Haben wir wieder low. Haben wir down. Ich bin nicht ins Wasser gebacked ab, um den zu holen. Nein, das reicht doch nicht. Ich stand schon von Anfang an im Wasser hinten. Unsere Zone. Oh nein. Da kommt ein Nova oder sowas. Oder der ist One-Shot. Der ist One-Shot. Der ist down. Zwei Storm-Caller. Ey. Der linke ist low. Oh, der rechte ist nicht low. Ich hab leider kein Dive. Das sind leider ein paar mehr. Oh. 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 Der schlagt die Schuhe an. Der die Schuhe an, ja. Der tat. Was du dem meinst. Wann sind denn habe ich? Zwei Links, also jetzt. Oh, eine rechts noch. Oh. Noch Valenten im Wasser. Doch, ich war von Valenten. Nein, so schlimm ist ein Schocker nicht in der Hand. Let's go. Easy win. War gar nicht knapp. Ne, ne, so. Nein, ihr wurdet geklaut strikt. Nice team. Nice team. Zählt das? Wir sind noch hinter. Der ist immer noch One-Shot. Oder wieder. Nice team. Ich hab die Zone, meine Freunde. Ich will hier nicht allein sein. Die wollen, glaube ich, meine Zone haben. Die wollen sowas für meine Zone haben. Ganz aufhaut. Ja, ich wollte auf jeden Fall so da landen. Ah, das war meine. Wir haben mich geschubst. Ich bin froh, dass du mitgelaufen bist, trotzdem. Wenn du die Zone fertig hast, muss ich das selber fertig einnehmen. Frech. Ja gut, das wird so oder so eine Mercy. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ah, hab ich auch noch. Let's go. Ah, hab ich auch noch. Tradition. Okay. ь? Bye. Bye.